ich mag es nicht meine sniper nicht mehr zu nutzen ich liebe die damit wenn die doch nur ein schalldämpfer hätte die arbeit die richtigen dabei weil sie uns helfen wollen da oben reinzukommen wir haben hier ein helikopter stehen also ich gebe die dächer rein mitkommen kann mitkommen hier was denn der andere wieso kannst du runter springen ich halte schon weil die mit der heli geht so alle bereit dragon ist immer noch unten ok dann mal los mach Tür auf er ist tot nach der abschaltung dieser station können die rebellen aktiver werden hab doch schon deaktiviert aber so schnell das ging doch ja ich wurde gerade sogar noch beschossen fertig jetzt können wir den großen heli nehmen ne spaß bin ich mit den militär heli holt holt und dann steigt ein das macht so richtig bock das macht so richtig geil bock drag ist immer euch dem trupp beigetreten der einsatzkommando verstehe ich nicht du weißt schon wie weit trittst ne select drücken lobby gehen ja was halt ihr von namen affen mit waffen oder affen mit waffen oder affen mit waffen operators wer das was genau ok neva 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 bye bye und der tag heißt dann apes ja ich merk's aber die ist häufig langweilig Felix gleich im Arsch ja aber leider nicht mit waffen der ist weitergerutscht zum baum das ist das problem gewesen so ich werde mal kurz unser ding ändern und also kommando dort das einsatzkommando erstellen das einsatzkommando wurde wirklich gelöscht äh das verstehe ich nicht also wie es aussieht wurde das wirklich gelöscht äh hier steht doch ich bin anführer des squads warum ist der dann gelöscht warte mal ich muss noch kurz nachgucken kann nicht sein dass der squad jetzt auch mal weg ist ach süß weil ich hab da ich hab denen beim squad bin ich auch schon ein bisschen aufgelevelt wird ärgerlich wenn das wieder weg ist ne hier steht auch ich bin ein gew 경우 verstehe ich nicht ja ist drin ist drin es funktioniert auf dem kommt mir auf der auf den mir funktioniert ja gut ich steige ein warte komm schon komm lande schneller schneller ich will schnell das mit meiner kommande machen informationen bearbeiten ne ist wie ein anderes labor ist ein anderes labor warte mal ja gott gerade funktioniert die musik muss ich später mal machen wieso wollt ihr bei der hauptmission landen hier ist doch gar nix du hast gesehen du machst uns gerade tot wenn du mich umbringst bringe ich dich um mal gucken ob jetzt die go street network seite richtig angezeigt wird ich habe mich noch mal ausgelockt noch mal eingeloggt soll ich mal weg ballern dann muss den heli aber ruhig halten ruhig halten er raucht schon ein bisschen weiter nach rechts drehen nach rechts drehen ich kann nicht da hin zielen ich habe gerade gegner erschossen wie sieht das schon hier nach jetzt wird es nicht wieder richtig angezeigt so wie sollten wir es noch mal nennen ist ein bug ist wirklich ein bug so wurde geändert special forces affen mit ach nicht mit waffen steht da ich sage jetzt nicht das geht nicht mit waffen nein oh gott wir haben ein buchstaben zu wenig verdammt ja müsst ihr ja special forces zusammenschreiben na gut muss ich ja special forces zusammenschreiben eben schade na ja trotzdem ist geil so unbenennt jetzt haben wir heißen was special forces affen mit waffen so dann gehen wir mal weiter ich wechsle jetzt wieder mal knarre ich will meine alte knarre wieder haben ich vermisse meine msr termit ich vermisse sie so sehr ich muss sie wieder auch ein renn rein und erschießt sie ich werde sie jetzt alle erschießen mit der termit mit der termit werde ich jetzt alle erschießen und weit genug ist sie scheißegal geschafft das war es dann mit der bürger halt mal warte mal warte mal warte mal du kannst doch das militärfahrzeug rufen ist für die versorgungskette des kartells hört sich nach servessa zeit an dann mach nicht weiter guck mal nach wie weit du mit abwurf bist für fahrzeuge nein wie weit welches oh gott der hört nicht zu ey wieso hört er nicht zu nein nicht dass ich weiß dass du stufe 2 bist das weiß ich auch so aber wie viel cooldown das ist das wichtige hast du bei cooldown jetzt schon fünf punkte dann macht nicht mehr fahrzeug abwurf 6 hast du und du kannst immer ein fahrzeug gerufen gut dann macht nicht mehr fahrzeug abwurf unbedingt immer fahrzeug abwurf machen sonst kriegst du als nächsten heli ja ich finde es geil ich komme hoch los holen wir uns das auto ich habe hier muss gut rein hier ich habe hier was mitzunehmen habt ihr eben gerade schon den scheiß gerater platt gemacht ja natürlich hat den gerater platt gemacht ihr schweine so wicke los wir können los wir können los ach sollen wir vielleicht ein komboi machen treibstoff 5000 kriegen wir ja jetzt noch nicht später da treibstoff du bist scheiße wolf du bist scheiße du bist so scheiße auch und schießen tue ich dann auf den anderen fahrzeug weil wie gesagt ich mache da fahrzeug schaden eben und wir sollten uns bald die medaille holen dann macht ihr auch noch mehr fahrzeug schaden das ist nicht die medaille für fahrzeug schaden und cool daumen für die drohne 8 sekunden nicht schlecht also dieses gebiet ist gerade richtig fördern wartet hier ist nachschub na gut egal weiter 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 bei den motorrädern da nachschub immer mitnehmen jetzt klappen wir uns auch im nachschub wer geht zuerst ran ich bin schon am geschütz wolfer du ich fahr mit wolf im beruften ihr müsst euch dann gleich mal wenn man beim kommen kommen sind nein